Aus der Ukraine hatten wir bereits Natalia Gudunko, die Ukraine auch ganz stark in der rhythmischen Sportgymnastik und würde wahrscheinlich gerne auch mal am Thron der Russenöl kratzen. Das schaffen sie auch manchmal in Gerätefinals, liegen sie auch ab und zu mal vorne. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020